Auch wenn es grafisch wirklich nicht so pralle ist und die Susan ruhig ein bisschen mehr hermachen könnte. Aber egal. Wir nehmen das Spiel so wie es ist und wir erreichen, äh, wir erreichen wieder die Farbpalette. Oha, was ist das denn? Ein Hirsch. Wild. Hallo? Tust du mir weh? Dieser Baum war vorher aber auch nicht da. Das will ich mir jetzt mal anschauen, bevor ich hier in die Tür reingehe. Lauf ich mal dem Hirsch hinterher. Okay. Jetzt ist der Baum nicht mehr da, oder? Ich wette. Doch, da ist er. Oh, der war doch vorhin auch schon da. Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Hier ist auch nichts zu reißen. Und was ist hier? Oh! Hello! Strange. Was geht sich hier? Oh. Schöne Lichtspiele. And the music is very, äh, interesting. Oh. Ein Baum. Da war noch einer. Wir sind richtig im Wald. Was geht ab? Okay. Vielleicht soll ich doch erstmal, äh, ich gehe doch erstmal zur Hütte jetzt. Oh nein, ich kann nicht zurück. Warum kann ich nicht zurück? Bist du völlig wahnsinnig? Oh nein, ich kann nicht zurück. Wem ist das denn eingefallen? Ich hasse es. Wenn mir mein Weg zurück versperrt wird, kann ich gar nicht ab. Oh Mann. Oh, das brennt das Auto. Ein Unfall. Oh! Hallo. Da hänge ich ja schon wieder. Oder? Das bin doch ich. Ich laufe gerade nicht. Das ist das Spiel. Ah, jetzt kann ich wieder. Ja. Hanging body. Rope. Door. Okay. Dann kümmern wir uns mal um den hängenden Körper hier. Äh, so. Examine. Mein dead body, hanging from a tree. Tja. Ich sollte be scared, aber ich fühle einfach... Empty. Wait. Was ist das shiny thing on her neck? Ist das... A key? Okay. Dann werden wir uns ihn noch schnappen. Search. The body is too high. Okay. I can't reach. Felix Klar. Rope. Examine. The rope is tied into a knot. Untie. It would take me hours to undo this knot. Soll heißen? Ich brauche ein Messer, oder was? Na gut. Aber warum kann ich nicht zurück? Ich möchte gerne zurück. Okay. Oh, jetzt werde ich hier verarscht. Ich will nicht gelostet werden. Ich will wieder zurück zur Hütte. Verdammt. Oha. Hallo. Flügelchen. Oh. Don't hurt me. Ja, Wahnsinn. Oh Gott. Ich glaube, ich spiele das Spiel komplett falsch. Oh, fuck. Gate. Examine. What a gruesome Display. At least it's not my head stuck on the bars. Ja, ja, wenigstens ist in hier ihr Kopf. MMM. Open. Lass mich raten. It's locked. Toll. Ah. Nein, Examine ist klar. Toll. Ich habe die Hütte verpasst, verdammte Scheiße. Jetzt muss ich doch mal schauen. Oh. Mein Gott. Der Rabe, äh... Killt mich. Oh, schau her. Mann, ja, schau her. Jetzt bin ich wieder richtig. Okay. Das ist alles sehr verwirrend hier. Jetzt kann ich zurück, oder? Komm, ich kann zurück. Puh, okay. Geil. Das ist ein bisschen strange hier mit dem ganzen Szenenwechsel. Also. Nie wieder so forsch vorangehen. Sondern Stück für Stück sich herantasten. Dann gehe ich jetzt mal zur Hütte rein. Und wir laufen weiter durch diese idyllische Landschaft. The Cat Lady. Die Susan. So. Dann. Hier. Enter. It's locked. Okay, dann muss ich jetzt hier use'n. Äh. Use. Hervorragend. Oha. Oh Gott, und ich höre ein Herz. Ein Herz. Das schlägt. Oh, das schlägt schneller. Je weiter ich laufe. Langsam. Oh Gott. Was hängt hier alles rum? Oh Gott. Ich liebe diesen schwarz-weiß Look mit Farbe. Oh Gott, das schlägt schneller. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Planks. Und? Okay. Machine. Weiter kann ich nicht laufen. Dann erst mal die Planks hier. Untersuchen. Examine. The hole has been boarded up with these Planks. The sign underneath says, emergency power switch, emergency power switch, danger. Okay. Pull. Look through. Dann look ich mal through. There is definitely something there. I can't tell for sure, but it looks like a switch. I'm not strong enough to pull them off with my bare hands. Okay. Ich hab nichts anderes Maschine. Examine. Too long a sacrifice can make a stone of the heart. Would it take another sacrifice to turn it back? Okay. Maybe I'm being silly. This is just some old machinery after all. Okay, switch on. How strange. There doesn't seem to be a single switch of button on this machine. How do you turn it on? Well, that is a good question. Vielleicht muss ich hier doch erst wieder später her. Ich muss erst mal die andere Gegend erforschen. Also ich hab jetzt wie gesagt nichts hier. Ich kann hier auch nichts machen. Planks. Pull. Pull. Nicht strong enough. Look through. Halt. Definitely something there. She looked through. Und nichts passiert. Okay, ich kann hier auch nichts. Ne. Dann würde ich sagen, äh, hier ist nichts abzugreifen. Aber ich brauche irgendwas, um mich loszuschneiden an diesem Tree. Kann ich hier nichts mitnehmen? Verdammt. Examine. Too long a sacrifice can make. Okay. Hm. Strangely strange. Dann, äh, würde ich sagen, doch nochmal zurück in den Wald. Aber vielleicht doch mal schauen wir mal hier. Liegt hier noch irgendwas Scharfes rum oder so zum Seil abschneiden? Hier ist doch bestimmt irgendwas Metallisches. Schau hin. Hint doch irgendwas Scharfes mit. So ein Holzstück oder irgendwas zum Schneiden. Mein Gott. Die gute Frau kann auch nicht rennen, ne? Ne. Oh, wie weit komme ich denn jetzt hier wieder? Ah ja. Aber hier ist nichts. Ne. Keine Möglichkeit, irgendwie zu interagieren. Doof. Und dass ich nicht rennen kann, ist auch komisch. Susan, Susan, was machst du nur für Sachen? Ich frage mich, ob wir jetzt wirklich tot sind oder ob wir nur in einem, einer Art Koma vielleicht auch sind. The Cat Lady. Okay. So. Dann. Le Door. Okay, ist klar. Hier ist auch nichts zu holen an der Fahne oder so. Nein. Tja. Also so ein Rennen-Button oder so ein bisschen schneller Laufen-Button wäre schon nett gewesen. Auch wenn es hier sehr stimmig und schön ist. Aber. Ja. Tja. Dieser kratze Musikwechsel ist auch wunderbar. fröhlich durch den Wald wandernd. Die halbtote Susan. In ihrem schwarzen Rock. Oh, der Hirsch. Hallo, Hirsch. Oh. Er rennt gar nicht weg. Was ist das hier? Grafik-Bugs. Hilfe, Grafik-Bugs. Okay. Dann nicht. Hier ist auch nichts zu holen. Kein scharfes Teil irgendwo zum Schneiden. Verdammt. Mach mich noch nicht fertig, hey. Da bin ich. Jetzt untersuchen wir mal das Türchen da hinten. Und hoffen, dass es nicht verschlossen ist. Open. Okay, sehr schön. The door seems bolted from the other side. Okay. Dann bin ich jetzt schon wieder... Ah ja. Ne, komme ich nicht weiter. Dann bin ich jetzt schon wieder mit meinem Leitlein am Ende. Fuck. Untie. Dauert ewig. Ist klar. Examine. Nein. To not. Okay, dann... ...nochmal zurück jetzt hier. Und schauen, dass wir hier vielleicht noch was... ...irgendwo finden. Die Krähe... ...kommt jetzt gleich. Ah ja. Komm, flieg weg. Get away. Ist auch nichts zu holen. Was steht denn da auf dem Grab schon drauf? M.A. Okay. Ne, ich kann hier nichts machen. Und hier ist auch gelost... äh... ...geclosed. Hä? It's locked. Ja. Na gut. Dann gehe ich jetzt nochmal hier entlang links. Vielleicht ändert sich ja... Oh, ja, ja. Ich weiß schon. Vielleicht ändert sich hier ja auch etwas an der... ...Szenerie. Ich folge dem Vogel. Einfach mal. Ja, ja. Ich verstehe. Dem Raben folgen. Ah, wo ist er? Da ist er. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Da ist er. Okay. Wieder rechts. Ich merke, ich merke. Ich muss ihm folgen. Der Rabe gleitet mich. Okay, okay. Ich bin da. Lauf, lauf zu. Susan, lauf zu. Oh, what the fuck? Das ist mal ein Hirsch. Harte Scheiß. Oh, Gott. Hey, halt mal das Maul jetzt und flieg weg. Deer. Der Hirsch. Door. Der Deer-Door. Gut, gut. Deer. Ex-Mine. Who's done this? Maybe a hunter. Is there anyone else here? Oh, Gott. Ich hoffe nicht. Pull out the knife. Ja. Sehr schön. Das werde ich brauchen. Und weg ist der Vogel. So. Er ist nach rechts geflogen, der Vogel. Heißt das für uns? Moment, warte mal kurz. Kann ich hier jetzt irgendwie mal was usen oder so? Use. I should be careful with this thing. Oh, ja. Dann lass mal, äh, Ex-Mine. It's a hunter's knife. Ja. Wen wundert's? Dann mal zur Tür und schauen, wo der Rabe hingeflogen ist. Unbolt. Ah, schau her. Wunderbarst. Jetzt bin ich wieder hier. Rope. Dann usen wir doch mal schön das Knife mit dem Rope. Äh, so. Ex-Mine. Use. Und lösen unseren schlaffen Körper vom Baum. Ja. Und der fliegt ins Nichts. Okay. Body. Look closer. Susan. Ex-Mine. I look like I'm just sleeping. Search pockets. Empty. Leave. Take a key. Susan. Dankeschön. Susan, ich danke dir. Leave. Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel. Ähm, die Frage ist, was brauche ich denn? Body. Für die Maschinen oder irgendwas? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber ich muss es versuchen. Oha. Der Vogel ist weg. Ach, ach, nein, hier. Genau für das Tor. Exakt gate. Open. Okay, es lockt. Ja, ja, ist klar. Ich muss den Schlüssel erst nutzen, hier. Geil, O-Mart. Okay. Ich kann übrigens, äh, genau, ich kann hier mal safen. Hä? Das wäre doch mal eine gute Idee. Safe. Äh. Ja, keine Ahnung. Ich muss mal hier gerade blind... ...den Namen eingeben. So, weil ich habe es hier dunkle im Zimmer und die Tastatur ist unter dem Tisch. So, äh, safe, bitte. Nein, was tut es? Fuck you. Safe. Ach, egal. So. Ich hoffe, ich habe gesaved. Nochmal load. Ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz, Klaus, wir werden jetzt doch noch etwas weiterspielen. Oh Gott, und die Musik. Vorbei, einer häupt dann verschiedenster... Ist das ein Kamel da hinten? Nein. Das ist ein weibliches Rehner. Oh, hallo. Who are you? Also, es geht nicht los, weil uns das nächste Mal an denen... ...kannelt... ...kannelt...